Herr Bollmann, eigentlich ist dieser Gipfel ja ein Gipfel, bei dem Personalien besprochen werden sollen. Wird das noch besprochen angesichts der Tatsache, dass es eine Menge anderer Sachen gibt? Naja, ich stecke da nicht drin, was die Staats- und Regierungschefs gerne bereden wollen. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich mal mit der Lage in der Europäischen Union auseinandersetzen und erst einmal schauen, was haben wir zu leisten. Posten können warten. Wir müssen erst einmal für die Menschen entscheiden, was muss geleistet werden in der Europäischen Union und dann zu guter Letzt die Entscheidung über Postenfallen im Europäischen Parlament. Trotzdem ist das jetzt eine Phase, bei der man eigentlich angenommen hatte, Großbritannien ist schon raus aus der Europäischen Union und jetzt ist es noch nicht so. Das bringt ja unglaubliche Verwirrung, Komplexität hinein. Ja, das ist in der Tat richtig. Die ursprüngliche Idee war, den Neustart der Europäischen Union nach dem Brexit hier in Sibir zu diskutieren. Nun sind wir aber in einer Situation, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht in London. Und die Briten ja nach wie vor dabei sind und eben auch mit Wählen zur Europäischen Union, zum Europäischen Parlament. Und ich würde mich auch nicht darauf einstellen, dass sie wirklich gehen. Ich sehe eine realistische Perspektive, dass Großbritannien Teil der Europäischen Union bleibt. Umso mehr, ich erneuere meine Position hier, die Staats- und Regierungschefs sollten sich ernsthaft mit den Fragen auseinandersetzen, die alle Menschen in der Europäischen Union bewegen. Klimawandel, die Zukunft auch unserer Industriegesellschaft. Wie kommen wir in eine Nachhaltigkeitsrevolution, die auch sozial verantwortbar ist. Migrationsfragen. Sie hätten genug zu diskutieren. Nun wird das Europäische Parlament anders aussehen ab dem 26. als bisher. Sie sind Mitglied des Parlaments. Können Sie eine Einschätzung geben, welche Machtverschiebung es geben wird? Als Vorsitzender der sozialdemokratischen Fraktion bin ich guter Hoffnung, dass wir pro Europäer, dass wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten begrüßen dürfen, die mehrheitsbildend tätig sind. Wir wollen eigentlich die neue, erneuerte Europäische Union anführen als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Heute und jeden Tag können wir entscheiden, wie viele Rechte kommen. Noch sind einige Tage bis zur Europawahl. Es gilt auch, sich zu stellen und zu argumentieren mit den Wählerinnen und Wählern. Ein großes Thema soll hier sein, die Klimapolitik. Emmanuel Macron ist davor geprescht und hat sieben andere Länder mit ins Boot gezogen. Allerdings ist Deutschland nicht dabei. Diese Klimaziele sind ehrgeiziger als bisher, sollen bis 2024 umgesetzt werden. Ist das nicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass man doch mehr noch zusammenarbeiten muss, anstatt sich jetzt in einzelnen Gruppen aufzuteilen? Meine Fraktion, die Sozialdemokraten, haben ein erneuertes Programm vorgelegt. Wir wollen, dass die nächsten fünf Jahre der Arbeit der Europäischen Kommission, der Arbeit in der Europäischen Union unter dem Zeichen stehen, der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 2030. Das ist unser sozialdemokratisches Programm. Insofern kann ich nur alle auffordern, dem nachzueifern. Herr Macron macht gerne weitreichende Vorschläge, die dann aber noch nicht ganz abgestimmt sind. Er hat das gesehen mit den Gelbwesten in seinem eigenen Land. Ich glaube, wir brauchen ein Gesamtpaket Nachhaltigkeit, den Klimawandel bekämpfen, aber auch die soziale Integration in der Europäischen Union fördern. Ich kann nicht gleichzeitig die reichen Steuern streichen und glauben, dass die ärmeren Menschen auf dem Lande die Transformation bezahlen. Wir brauchen ein gutes Gesamtpaket. Wir sind gespannt. Herr Wohlmann, herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.